Früher habe ich immer die Rennen im Fernsehen verfolgt und habe gedacht, wäre schön, wenn du da fährst. Jetzt selber dabei zu sein, ist einfach ein Traum, der wahr wird. Hat noch eine Windel gemacht, da wollte ich mit einem Sektarrennen. Man darf auf jeden Fall nicht vau sein. Als Fahrer muss man immer an sich hart arbeiten. Das fängt in der Schülerklasse an, bis zur Virtua. Der Weg ist nie zu Ende. Wind, Regen, das liegt mehr. Die Angst muss man ausschalten bei den Klassikern. Klar sind es viele Stürze, die dort passieren, aber darüber darf man nicht nachdenken. Es ist wie jedes Mal ein neuer Kampf. Letzte Runde sind wir nur schnell gefahren. So schnell auch nicht, sonst werde ich näher gekommen. Die Familie gibt mir halt schon Kraft, die halt sagt, hey komm, jetzt geht es weiter. Schalte den Kopf aus und geh deinen Weg. Okay. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020